Moin, ich bin Dr. Ulrich Frank-Pape und bin als Chefarzt für die Abteilung Innere Medizin und Gastroenterologie an der Asklepios Klinik St. Georg in Hamburg verantwortlich. In dieser Abteilung behandeln wir Patienten mit internistischen sowie gastroenterologisch-hepathologischen Erkrankungen aus allen Bereichen der jeweiligen Fachgebiete und stehen dafür für Sie über die Aufnahme oder auch als gezielte Zuweisung 24-7 zur Verfügung. Besondere Schwerpunkte haben wir in den Bereichen Ernährungstherapie und Diabetes mellitus, sofern eine Stoffwechselentgleisung vorliegt und eine stationäre Behandlung erforderlich macht, sowie im Bereich der künstlichen Ernährungstherapie beispielsweise bei chronischem Darmversagen oder auch bei Mangelernährung aus anderer Ursache, zum Beispiel aufgrund von Krebserkrankungen. Schließlich behandeln wir auch mit besonderem Fokus Patienten mit neuroendokrinen Tumoren oder auch gastrointestinalen Krebserkrankungen, für die wir im interdisziplinären Kontext des Asklepios Tumorzentrum auch überdisziplinär und multidisziplinär arbeiten. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns. Wir stehen jederzeit gerne für Sie im Team zur Verfügung. www.drNI.typ.ist mãoz.O.